Die Strecke ist ein neues Fahrzeug. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss! Was ist denn das auf einmal für ein riesen Glotzer an Schiff? Komm zurück! Demoduliere Schildsysteme. So schnell werden sie mich nicht besiegen. Ein Schiff geht man immer drauf. Eins immer. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Scheiße! Ich brauche definitiv eine bisschen größere Flotte. Ein bisschen nur. So. Hier nochmal umändern. So. Hier haben wir ja gar nichts mehr. Oh, Menno. Jetzt dachte ich, jetzt dauert die Mission eh nicht mehr lang, aber wenn der immer nachproduzieren kann, wieso auch immer, verstehe ich nicht. Fahrzeug fertiggestellt. Ich bräuchte hier noch ein paar Sachen. Und das wird hier jetzt ewig dauern. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Repariert. Verteidigungssysteme aktiviert. Verteidigungssysteme aktiviert. Was? Hafenbehörde. Aha. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. So. Ich wollte noch eine Viper machen. Dass hier alles schneller geht. Jetzt wäre es hier gerade echt ideal. Aber was soll es? Neues Fahrzeug. Warnung. Produktion gestoppt. So. Welche Produktion bitte? Burger? Wieso Burger? Wieso? Ich habe doch hier... Genau. Die Gewürzplantagen. Haben wir eh gleich wieder eine Überproduktion. So. Komm. Gib Gas hier. So. Jetzt ist der letzte Versuch hier für heute. So. Hat hier schon wieder rumfetzt. Ist ja nicht zum Aushalten. So. Der letzte Mal. Wir müssen das nicht zum Aushalten. Wir müssen agen. Okay. Wir müssen das Ding machen. Wir müssen zum Aushalten kommen. Wir müssen das Ding machen. Erstmal man zu sehen. Wir müssen das Ding machen. Das Ding machen. Wir werden uns auf dem Schiff zu erkennen. So. Ach komm, ey. Wo kriegt der die Dinger immer her? Das ist doch nicht normal. Wo kommen die her? Das ist doch nicht so. So, das war's für heute. Ich check's nicht. Der hat nichts mehr, aber er kriegt trotzdem immer ein Schiff mit Schild. Immer. Auch wenn er gerade paralysiert ist oder sowas hat, interessiert nicht. Er kann trotzdem. Also dann muss ich als nächstes Mal noch so ein zweites Ding machen. Aber hilft halt nicht. Heute ist Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschö, bis zum nächsten Mal. So Leute, da bin ich wieder bei Anno 2070. Heute dreht man den Computer mal so richtig in den Arsch. Hoffe ich jetzt mal. Das kriegen wir heute schon irgendwie. Und ich schätze, wir siedeln uns heute hier an. Was haben wir denn hier? Öl vorkommen. Öl vorkommen. Perfekt. Und da siedeln wir uns heute an. Wenn wir es können. Und jetzt gucke ich mal, was für Schiffe... Achtung! Produktionsstillstand. Da muss ich jetzt kurz mal gucken. Ja, okay. Du gehst mal auf Pause. Den anderen lasse ich mal. Habe ich hier irgendwo ein Schifflein, das ich... missbrauchen kann? Nö, sieht nicht so aus. Deswegen baue ich mir schnell mal so ein Schifflein wieder. Um ein paar Waren zu transportieren. Und mich dann hier anzusiedeln. Um... hier... das Niveau zu steigern. Wartet mal kurz, ich unterbreche kurz und mache gleich weiter.